Tadah! Wir machen das Aufforstprojekt, weil der Klimawandel die größte Sorge von jungen Menschen in Frankreich und Deutschland ist. Und alles hat angefangen mit dem Klimalauf. Da haben 6000 Menschen in diesem Jahr Kilometer für das Klima gesammelt. Und aus diesen Kilometern werden jetzt 4500 Bäume, die um mich herum angepflanzt werden. Wir machen eine konkrete Aktion. Wir machen alle Aktion. Aber es ist sehr interessant. Die Französisch sprechen, Deutsch sprechen und dass verschiedene Kulturen zusammenkommen. Und es macht sehr viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Alle sind super gut. Alle arbeiten super gut. Ich liebe das. Ich würde sehr gerne kommen und wiederholfen. Das ist auch so.